Herzlich Willkommen, mein Name ist Christian Dost, ich bin Initiator von EarthTrail. Wir veranstalten Survival- und Outdoor-Trainings. Das ist TheraPan Optica mit der ersten Folge. Heute geht es um das Thema 10 Dinge, die du über Survival wissen solltest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. 1. Du bist in Gefahr. Das gilt natürlich nicht für alle Menschen gleichermaßen. Es gibt ein paar Personengruppen, bei denen ist das Risiko höher. Wenn du dich beispielsweise sowieso viel Outdoor auffällst, wenn du als Tourguide Menschen in die Wildnis führst, wenn du Extremsportler bist, wenn du alpin unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Notsituation kommt, natürlich sehr viel höher ausgekommt. Wenn man sich retrospektiv anschaut, wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, ist es häufig so, dass drei Faktoren beobachtet werden können. 1. Es gab irgendeinen Unfall oder eine Verletzung. 2. Entwitterungseinbruch, der eine große, entscheidende Rolle gespielt hat. 3. Selbstüberschätzung. Aus dem Grund gehört auch zu jeder Tourplanung in dem Sinn dazu, dass immer ein Plan B bereit liegt, um in Notsituationen trotzdem sicher agieren zu können. 4. Lethargie wird dein Begleiter sein. 4. Lethargie ist ein wichtiges Grundgefühl im Survival, auf das man vorbereitet sein sollte. Lethargie tritt einerseits dadurch auf, dass eine Situation plötzlich entgleist und wir keine Verhaltensweisen haben, wie wir adäquat damit umgehen können. 4. Tiere reagieren in solchen Situationen mit den Verhaltensmustern Flucht, Kampf oder Todstellen. Und beim Mensch ist es ganz ähnlich. Statistisch gesehen ist es so, die allermeisten Menschen reagieren mit dem Todstellreflex, was nichts anderes ist wie ein Freeze, was nichts anderes ist wie Lethargie. Man hat aber Fragungen durchgeführt mit Opfern von Gewaltverbrechen und hat dort festgestellt, dass viele eben beschrieben haben, dass sie in einen Zustand kommen, wo jegliche Muskelaktivität gestört ist, bis dahin, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen konnten. Auf der anderen Seite ist es so, dass fehlender Nachtschlaf, Schmerzen, Verletzungen ein hoher Stresspegel dazu führen, dass das Regenerationsniveau des Körpers immer weiter absinkt und in Folge Lethargie entsteht. Das Problem dabei ist, dass Aufgaben, Tätigkeiten, die eigentlich getan werden müssten, liegen bleiben. 3. Atmen hilft Die Atmung steht zwischen Psyche und Körper. Dadurch, dass du deine Atmung kontrollierst, hast du eine Feedbackwirkung auf die Psyche und auf den Körper auf der anderen Seite. Es gibt ganz verschiedene Atemmuster, mit denen man arbeiten kann. Ich möchte euch gerne eins vorstellen, das ist das sogenannte Combat Breathing. Das kommt aus dem militärischen Bereich, also sprich da, wo hohe Stresspegel vorhanden sind, mit denen umgegangen werden muss. Das Atemmuster funktioniert folgendermaßen. Du atmest 4 Sekunden ein, hältst die Luft 4 Sekunden an, atmest 4 Sekunden aus, hältst die Luft 4 Sekunden an und so weiter und so weiter. Wenn du das über einen gewissen Zeitraum durchführst, diese Atmung, wird sich deine Pulsfrequenz nach unten regulieren, der Stresspegel wird abnehmen. Nachweislich werden weniger Stresshormone ausgeschüttet und du bekommst wieder einen klaren Kopf, was absolut essentiell ist, um mit einer Survival-Situation umzugehen. 4. Wer friert, verliert. Kälte ist ohne Frage eines der großen Probleme, denen wir im Survival begegnen werden. Jeder, der schon mal ohne Schlafsack, Isomatte und Zelt draußen geschlafen hat, wird das bestätigen können. Kälte führt einerseits dazu, wenn sie sehr massiv einwirkt, dass bestimmte Krankheitsbilder auftreten können, Erfrierungen, Unterkühlung, wobei man bei der Unterkühlung nochmal unterscheidet, eine leichte Unterkühlung, die ich in aller Regel selbst in den Griff bekomme und eine schwere Unterkühlung, wo ich auf Hilfe von außen angewiesen bin. Andererseits ist es aber so, dass Kälte auch, wenn sie über einen gewissen Zeitraum und vor allem nachts einwirkt, natürlich ganz stark an den Körperreserven zehrt. Jemand, der in einer Survival-Situation sich befindet und nachts nicht schlafen kann, weil ihm kalt ist, wird sich nicht regenerieren können. Und wer sich nicht regenerieren kann, wird Konzentrationsprobleme bekommen und Fehler machen und somit die Survival-Situation noch weiter verschlimmern. 5. Drei Kältekiller machen dir das Leben zur Hölle Im Umgang mit Kälte in Survival-Situationen gibt es drei Kältekiller, die du kennen solltest. Erste ist die Bodenkälte, der zweite ist der Windchill und dritte ist Durchnäßung jeglicher Art. Je mehr von diesen Faktoren zusammenkommen und je stärker sie ausgeprägt sind, desto nachteiliger wirkt sich das auf deinen Körper aus. Im Grunde genommen geht es in Survival-Situationen einen Großteil der Zeit darum, diese drei Kältekiller auszuschließen. Sei es durch angepasstes Verhalten, sei es durch Bekleidung oder den Bau von Notunterkünften. 6. Nahrung kannst du vergessen Im Survival gibt es eine Dreierregel. Diese Dreierregel besagt, dass du ungefähr drei Stunden Zeit hast bei sehr widrigen Witterungsbedingungen, bevor sich das negativ auf deinen Körper auswirkt. Ungefähr drei Tage ohne Wasser, bevor du verdurstest und drei Wochen ohne Nahrung, bevor du das Verhungern einsetzt. Bereits hier kann man sehen, weil diese Regel ist, dass die Nahrungssuche von der Priorität relativ weit hinten steht. In erster Linie wirst du dich darum kümmern müssen, um den Wärmehalt. In zweiter Linie um die Wassersuche und erst dann um die Nahrung. Es gibt natürlich ein paar Abweichungen von dieser Regel. Zum einen ist es so, dass wenn es sehr kalt ist, du Nahrung benötigst als Brennstoff. Allerdings ist es so, dass insbesondere in Situationen, wo es sehr kalt ist, die Nahrungssuche sich als sehr schwierig gestaltet. Und zum anderen, und das darf man nicht vernachlässigen, hat Nahrung natürlich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr positiven Effekt auf die Psyche. Was ist die Nahrungssuche? 7. Trinkwasser ist nicht immer trinkbar Das stimmt natürlich nicht. Wenn es echtes Trinkwasser ist, kannst du es trinken. Das Problem, was sich dahinter verbirgt, ist aber das, wie willst du in einer Notsituation entscheiden, ob das Wasser, was dort fließt, kontaminiert ist oder von dir problemlos getrunken werden kann. Hast du kein Labor in der Hosentasche, was dir einen Erregernachweis ermöglicht. Wenn man sich mit dem Thema Trinkwasser beschäftigt, ist als erstes mal festzuhalten, wir haben ein Immunsystem. Und dieses Immunsystem ist seit 10.000 Jahren darauf geschult, Erreger zu eliminieren. Das geht los im Mund, da hast du bestimmte Enzyme im Magen, die Magensäure und im Blut bestimmte Körperzellen. Und all das ist darauf fokussiert, Erreger, die dich eindringen, zu eliminieren. In der Survival-Situation sieht das ein bisschen anders aus. Dein Nervensystem tickt ein bisschen anders und auch dein Hormonsystem. Dein ganzer Körper ist darauf ausgerichtet, sich mit der Notsituation auseinanderzusetzen und die Erregerabwehr ist eher ein bisschen hinten angestellt. Im Worst Case folgt daraus für dich ein massiver Durchfall und Erbrechen. Resultat des Ganzen ist, dass du noch mehr Flüssigkeit verlierst, als du ohnehin schon zur Verfügung stand. Das heißt, du hast die Survival-Situation grundlegend verschlechtert. Man kann ableiten, dass in einer Notsituation Wasser immer aufbereitet werden sollte. Sei es durch chemische Desinfektion, sei es durch einen Filter, den du vielleicht noch im Rucksack hast oder einfachste Variante durch Abkochen. 8. Kommunikation hat oberste Priorität Statistisch gesehen ist es so, dass die allermeisten Survival-Situationen innerhalb von 2-3 Tagen durch Hilfe von außen gelöst werden. Das setzt natürlich voraus, dass a. jemand aufgefallen ist, dass du fehlst und die Hilfe von außen initiiert wurde oder b. dass du irgendwie in der Lage warst, in Kommunikation mit der Außenwelt zu treten. Ich würde euch gerne drei Tools vorstellen, die sich bewährt haben in Notsituationen. Das erste Tool ist ein einfaches Telefon, das haben wir eh alle dabei. Einfach zu benutzen. Funktioniert leider nicht überall. Die Nummer der Wahl wäre 112. Wie sicherlich jeder weiß, in englischsprachigen Räumen auch 911. In Gegenden, wo ein Telefon nicht funktioniert, gibt es andere Geräte. Also entweder Satellitentelefone oder hier so ein Tracker. Ein Tracker funktioniert ebenfalls über Satellit, setzt ein Signal ab. Man kann darüber SMS verschicken oder man kann über einen SOS-Knopf, der hier ist, sich direkt mit einer Leitstelle in Verbindung setzen, um dort Hilfe zu akquirieren. Und das dritte Tool, was ich immer dabei habe, wenn ich eine Outdoor-Tour mache, meistens trage ich das im Hals, das ist eine Signalpfeife. Diese Signalpfeife gibt es in unterschiedlichen Dezibelstärken und Funktionen liegen auf der Hand. Und jeder, der schon mal über einen längeren Zeitraum geschrien hat, weiß, was das mit dem Hals macht. Und so eine Pfeife führt einfach dazu, dass ich über einen längeren Zeitraum Signale abgeben kann. 9. Wer Survival übt, macht sich strafbar. Das gilt natürlich nicht für alle Facetten des Survival und erst recht nicht für alle Länder. Zum Teil ist selbst innerhalb von Europa die Gesetzeslage komplett verschieden. Ich will mich jetzt aber mal auf Deutschland beschränken. In Deutschland ist es so, ihr habt viele Rechte, ihr habt ein Waldbetretungsrecht, das ist euch gesetzlich zugesichert, was allerdings schon wieder eingeschränkt werden kann, beispielsweise, wenn ein Wald einen Schutzstatus hat, also ein Naturschutzgebiet ist oder ein Nationalpark. Unter Umständen bedeutet das für euch, dass ihr euch auf festen Wegen bewegen müsst und noch nicht mal von diesen Wegen abkommen dürft. Bestimmte Aktivitäten, die klassischerweise zum Survival dazugezielt werden, wie Bau von Notunterkünften aus Naturmaterialien, Feuererzeugung, Jagd- und Fallenstellen sind euch zum Teil komplett verboten beziehungsweise benötigt ihr bestimmte Genehmigungen, damit ihr sie durchführen könnt. Und andere Aspekte könnt ihr umsetzen, aber das ist abhängig davon, in welchem Bundesland ihr euch befindet. Hierzu zählt das Bivakieren. 10. Ausrüstung macht den Unterschied Das gilt unerhin geschränkt, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die mindestens genauso wichtig sind. Das geht los beim Überlebenswille. Überlebenswille in Notsituationen nicht aufzugeben. Aber auch im Vorfeld bereits der Wille, sich widrigen Situationen auszusetzen, sich selbst kennenzulernen. Wie verhalte ich mich in bedrohlichen Situationen? Das geht ganz eng zusammen mit einer psychischen Stabilität und sich selbst zu kennen, sich selbst seine eigenen Grenzen wahrzunehmen, einschätzen zu können und über bestimmte Grenzen bereits hinausgegangen zu sein. Ein wichtiger Faktor ist geistige Klarheit, die Fähigkeit zur Improvisation, Werkzeug, das was ich habe, also das Material richtig einsetzen zu können oder aus diesem Werkzeug neue Sachen zu schaffen, diese neue Sachen einzusetzen zu meinen Zwecken. Und ein ganz wichtiger Punkt im Survival, und das lernt man, wenn man sich Geschichten von echten Survivoren anschaut, ein ganz wichtiger Faktor ist das Glück. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Da freue ich mich sehr darüber. Es gibt noch den Subscribe-Button zusammen mit diesen kleinen Glöckchen, was du da anklicken kannst. Abonnierst du uns. Vielleicht sehen wir uns bald mal. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.